. Wenn man alle an einem Tisch sitzt und ich am Schluss noch sage, ich mache eine Bauleitung, ich wäre froh, wenn die ganzen Sachen über mich laufen, dann gibt es auch schon Reaktionen, dass sie eine Bauleitung machen. Gut, tough. Die Baustelle. Ein Ort, wo die reine Muskelkraft noch etwas zählt. Wo Frauen nachgepfiffen wird und der Umgang untereinander ruppig ist. In dieser männlich geprägten Branche fühlt sich Kathrin Bachmann wohl. Die 27-jährige St. Gallerin ist Bauleiterin und hat auf mehreren grossen Baustellen das Sagen. Wie sie sich in dieser männerdominierten Umgebung behauptet und sich Respekt verschafft, davon handelt dieser Film. Ich stehe meistens zwischen 5.30 Uhr bis 6 Uhr auf, am Morgen. Duschen bereit machen. Etwas mitnehmen und morgens essen sollte ich, wenn ich Zeit habe. Es ist einfach so, ab 7 Uhr ist das Telefon. Am 7 Uhr sind die Leute auf der Baustelle. Da muss man einfach erreichbar sein. Das stimmt. Als Bauleiterin ist Kathrin Bachmann täglich auf Baustellen unterwegs. Sie koordiniert und kontrolliert die Arbeiten aller beteiligten Unternehmen und Handwerker, hat Budget und Termine im Überblick. Hier in Zürich an der Klaridenstrasse wird ein Bürogebäude umgebaut und neu gestaltet. Ich gehe gerne hier etwas höher. Manchmal bin ich nicht gerne ein Polizist, aber immer wieder daran erinnere ich mich daran. Dort muss man noch ... Dort fehlt noch etwas, dort muss man noch etwas und dort muss man noch. Rund 40 Leute arbeiten zurzeit auf diesem Platz. Mit Ausnahme einer Architektin, alles Männer. Ich treffe selten Frauen an. Es ist vielleicht pro Baustelle, je nach Grösse, vielleicht 1-2 Frauen. Entweder war das Malerin, Sanitärinstrateurin, hatte ich auch schon. Und dann hatte ich auch auf der letzten Baustelle eine Elektrikerin. In der Planung hat es mehr. Dort habe ich Elektroplanerin, Brandschutzplanerin. Dort ist die Verbreitung grösser, als jetzt wirklich ein handwerklicher Job auf der Baustelle. Jawohl. Wir machen jetzt das Geschoss. Als seltene Spezies auf der Baustelle löst Katrin Bachmann gerade zu Beginn eines Projektes unterschiedliche Reaktionen aus. Wieso? Eine Frau ... Ich meine, es ist immer etwas speziell. Ich glaube, v.a. für Männer, oftmals eine Frau auf der Baustelle, die für die einen etwas Spezielles ist, für die anderen findet, was sie uns sagen will. Aber eben ... Man kommt es ja selber ein wenig mit. Die einen hat eine Freude, dass eine Frau hier ist, dass man die Stimmung etwas auflockert oder etwas anderes macht. Und von daher ... Ja. Es ist eine Vorrang-Scheine über diese Rundungen. Ja. Das muss niemand bis jetzt unterschreiben. Danke vielmals. Schönen Tag. Danke gleichfalls. Tschüss. Wird schwierig. Vielleicht ein Stück die Friese rausnehmen. Ich glaube, es blüht anders als sie lassen und gerade setzen. Man selber ist netter zu einer Frau, als wenn einem Mann gegenüberstehen würde. Man merkt, dass die Leute ... ... ein bisschen netter zu einer Frau sind als zu einem Mann. Wegen Frauen. Da musst du einen Anzug machen. Ist gut? Nicht hier. Hier warten wir. Jetzt keine Zeit. Nein. Also, gut. Als Frau, dazu noch jung und mit 1,55 m, nicht gerade eine grosse Erscheinung, fühlt sie sich nicht immer ernst genommen. Es gibt immer mal so eine Situation, in der es oftmals heisst, sag du mal, ich mache dann schon, wenn ich will, wenn ich Zeit und Lust habe. Oder so ein bisschen ... Wenn sie mal schnell den Chef rausnehmen wollen, also nicht gerade den Chef rausnehmen, aber einfach das Alphatiechen zeigen. Ich glaube, das ist so ein typischer Mann. Da habe ich das Gefühl, das haben sie in sich. Hoi zusammen. Anders als ein Mann in derselben Position müsse sie als Frau immer wieder beweisen, dass sie kompetent sei. Ich habe das Gefühl, das Fachwissen ist schon noch etwas, wo man vielleicht eher noch schnell schläufen kann. Als Frau ist es halt gerade der Punkt, dass sie das nicht kann oder sie bringt das nicht zustande. Es ist zwar hart, nicht so wirklich fair, aber das ist auf irgendetwas wir müssen uns wahrscheinlich prüfen und testen. Hallo zusammen. Ich begrüsse den Bauteam Sitzung 43. Meine Herren. Meine Herren. Bitte. Danke. Gibt es irgendwelche Anmerkungen zum letzten Protokoll? Du musst präsent sein. Du musst zeigen, dass du da bist. Sie müssen dir zuhören. Auch während der Sitzung. Ich mag nicht, wenn sie untereinander sprechen. Das mag ich nicht, dann unterbreche ich. Wenn jemand etwas zurückhaltend ist, dann gibt es Chaos. Du musst den roten Faden oder ein Protokoll oder die Termine haben. Die musst du im Überblick wissen. Du musst es präsentieren und sagen können. Einfach noch etwas nachfragen. Ja, machen wir. Genau. Mein Herr. Uh. Hier rein? Nein. Schau da draussen. Jetzt. Rausen. Der Strom ist drin. Ganz selten komme es vor, dass sie als Bauleiterin nicht akzeptiert werde. Es gab schon solche Situationen, in denen ein Unternehmen sagte, dass ich mir nichts sagen darf. Ich sagte, wenn er ein Problem damit hätte, dass er sich bei meinem Chef melden sollte. Mein Chef hat dann gelassen. Er hat dann angerufen und gesagt, Frau Bachmann macht hier nochmals Bauleitung, ob es ihm passt oder nicht. Und wenn es ihm nicht passt, soll doch besser jemand anders schicken. So, meine Herren. Ein kleines Buff. Ein kleines Buff. Ein kleines Buff. Gut. Die gelernte Hochbauzeichnerin arbeitet bei der Firma Gisleni. 55 % der Mitarbeitenden des Unternehmens sind Frauen. Wobei die meisten nicht regelmässig auf die Baustellen gehen. Die Frage, ob es Katrin Bachmann als Frau auf einer Baustelle schwerer habe als ein Mann, löst eine Diskussion mit dem Geschäftsinhaber aus. Ich habe eine klare Haltung. Nein. Nein? Warum? Weil ich der Meinung bin, dass du eine grosse Durchsetzungskraft hast und dass du eigentlich auch aus dem Hintergrund weit aufgewachsen bist, eigentlich auch aus der Familiengeschichte heraus, denke ich, schon die Sprache und den Umgang kennst, dass du eigentlich auf verschiedenen Ebenen reden kannst. Nein. Dezidiert sage ich Nein. Aber es hat schon eine Wirkung bei Männern, dass, wenn zuerst eine Frau kommt, dass wir uns wahrscheinlich etwas anders beweisen müssen, als wenn jetzt irgendwie ein Bauleiter kommen würde. Ich bin überrascht, dass du das sagst, weil ich finde ... Manchmal spürt man das so etwas. Ich muss noch ein bisschen mehr sagen, dass es wirklich so funktioniert. Aber Frau wie Mann, beide müssen sich irgendwo in ihrem Umfeld und in ihrem Berufsfeld beweisen. Ich glaube, da gibt es nicht irgendwie ... Das stimmt, das stimmt schon. Aber es ist vielleicht dann noch so etwas ... Ja, weiss ich denn das Fachwissen? Ich meine, wenn sie dann ein bisschen wissen, was mein Hintergrund ist, dann ist es dann ... Ah, okay, ja gut, sie kommt dann ... Also halb vom Bau. Sie hat den Hintergrund auch von der Familie. Dann ist es dann auch schon wieder ein bisschen anders. Aber das ist bei mir auch. Also sagen Sie, aus meiner Erfahrung, wenn ich sage, dass mein Vater schon poliert war, dass mein Onkel alle Mauer waren, die haben schon alle gebaut. Ich glaube, es gibt auch eine Nähe und eine Beziehung. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sich selber bleibt und am Schluss die Person auch respektvoll behandelt und die Umgebung kommt. Ja, und dann spielt es keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist so. Ja, das stimmt. Die Baumbranche hat mich ein bisschen angezogen von der Familie her. Mein Vater ist Baumeister. Und darum hat es hier immer so einen Bezug gegeben. Wir durften sehr viel mit auf die Baustellen. Der Vater hat uns immer mitgenommen, also Sommerferien. Er hat uns immer alles erklärt. Wir durften Backer fahren. Das hat mich für mich ein bisschen fasziniert. Und das hat mich für mich geholfen. Katrin Bachmann trifft sich zum Abendessen mit der Familie. Hallo. Vater Bruno Bachmann hat ein Baumeistergeschäft. Die beiden jüngeren Brüder sind als Maurer und Bauführer ebenfalls in der Branche tätig. Es wäre naheliegend für Katrin Bachmann, ins Familienunternehmen einzusteigen. Doch bietet der Vater keine Bauleitung an. Vorbehalte der eigenen Tochter gegenüber seien keine da. Nein, gar nicht. Mein Vater hat mir das Vertrauen immer gegeben. Und ich glaube, er weiss, dass ich das auch gut mache, weil ich schon zwei, drei Sachen haben darf für ihn machen. Und darum glaube ich nicht, dass es ein Bedenken wäre, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mit Einsteigen oder mit meinen Brüdern zusammen oder so etwas übernehmen. Da hinten kein Witz. Wenn es einer schaffe, sich auf dem Bau zu behaupten, dann sei es seine Tochter. Es ist auch eine Gefahr oder ein Risiko dahinter, dass man sich dort in der Männerwelt auf dem Bau manchmal ein bisschen rupig zu hergeht, also auch eine harte Stimme, noch ein bisschen Rauch. Und es gibt viele Frauen, die dort untergehen. Aber Katrin kennt man ja, oder wir kennen sie gut. Sie könnte gerne einen Ellenbogen rausheben. Oder sie ist manchmal ein bisschen, nicht gerade vorlaut, aber sie hat sich auch eine Meinung zu sagen und kann dann ein bisschen zickig sein. Und das muss man vielleicht auf dem Bau ein bisschen sein. Bei blöden Sprüchen auf Durchzug stellen, ellenbögeln und sich durchsetzen. Das hat Katrin Bachmann mit ihren beiden Brüdern schon früh gelernt. Ich bin eigentlich ... ... äh ... Bei blöden Sprüchen auf Durchzug stellen, ellenbögeln und sich durchsetzen. Das hat Katrin Bachmann mit ihren beiden Brüdern schon früh gelernt. Ich bin eigentlich positiv überrascht, dass sie sie so weit gebracht hat bis jetzt. Hey, hallo! Nein! Ich sehe hier nie so eine grobe Diskriminierung von Frauen auf dem Bau. Weil sie wagen sich ja eigentlich auch ein bisschen darin. Und vielleicht suchen sie auch ein bisschen den Kontrast. Oder von ... Ich will mich jetzt beweisen und ich will ihnen zeigen, dass ich das auch kann. Schau, ich bin mit allen schwarzen Kindern und so. Ja, das ist schön. Oh, ja, schau, da küssen ich eines. Ich brauche einen Besuch. Bin das ich? Ja, sicher. Das ist der Papi. Und schau, das bist auch du. Einen grossen Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in Afrika. Der Vater hat in Tansania ein Kloster und Wasserwerke gebaut. Die Familie war fast neun Jahre lang mit ihm dort. Wir sind ganz anders aufgewachsen, einfacher oder mit den Händen. Wir haben Lehm an. Der Papi hat uns von der Baustelle Lehm gebracht. Das haben wir mit diesen Figuren gemacht. Darum sind das schon Eindrücke und Erinnerungen, die prägen, die man auch nicht missen will. Da hat sie schon auf den Baustelle. Darum hat sie die grossen Schuhe angelegt. Ich wollte gerade mitschaffen. Ich wollte gerade mitschaffen. Das ist lustig. Denkensweise beeinflusst schon auch, weil man vielleicht etwas anders herangeht an gewisse Sachen. Oder wenn jemand sagt, es geht nicht, es geht nicht, dann muss man sagen, es funktioniert schon. Komm, ich schaue jetzt mal von einer anderen Seite an. Ich meine, in Afrika, wenn es nicht gegangen ist, weil man vielleicht gerade einen Kran oder sonst etwas hat, haben wir auch eine Lösung gefunden oder gesucht, dass es funktioniert. Sie reisen heute noch viel davon. Ich denke, wenn noch Probleme stehen, dann denke ich mir, in Afrika war es auch. Es war so schön, es war locker, komm. Dann kann ich da runter, dann geht es wieder weiter. Das ist viel, 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 viel wert, wirklich viel wert. Die zweite Grossbaustelle, die Kathrin Bachmann als Bauleiterin betreut. Am Kreuzplatz in Zürich entsteht ein Gebäude mit acht Geschossen für einen Supermarkt, Fitnessstudio und Büros. Die Faszination für Baustellen hat seit ihrer Kindheit nicht nachgelassen. Es ist jeden Tag etwas anderes. Man sieht, wie es vorwärts geht, wenn man etwas abgemacht hat oder ein Detail gelöst hat, dass es funktioniert, dass es hält. Es ist eben spannend. Jetzt haben wir es nicht nur immer auf dem Plan gesehen, sondern auch mal hier unten stehen und sehen, dass man hier eine Garage kommt, oder hier ist eine Kühlzelle, oder die Aufbereitung und solche Dinge. Es beginnt ein wenig an, Form zu nehmen. Und hast du gesehen, dass die Ecken in der Stadt Zürich einmessen kommen? Das ist gut. Und wenn du hier die Decke betonierst, die machst du morgen? Die machen morgen, ja. Auf der Baustelle ist der Polier, allen bekannt als Pipo, der wichtigste Ansprechpartner für die Bauleiterin. Dann gehen wir hoch. Der Portugieser gibt zu, auf dem Bau freut man sich, wenn eine Frau aufkreuzt. Fast alle schauen, Frau. Alles. Ich weiss, normal ist nicht so viele Frauen in der Baustelle. Wie? Nicht so viele Frauen in der Baustelle. Man, immer schauen, Frau. Ich habe eine Frau. Ja, ja, schon. Ich habe eine Frau. Ja. Dann schauen wir uns an, Frau. Es gibt es immer wieder, wo man das antrifft, dass man so Bilder sieht von so Frauen. Ich finde, das muss ich als Frau sagen, wenn es schöne Bilder sind, warum nicht? Ich meine, sie hängen es halt einfach auf, weil sie Freude daran haben. Und sie sollen, ich meine, wenn sie vielleicht am Tag eine halbe Stunde da drauf schauen, oder was auch immer, vielleicht höchstens. Von daher, für mich ist es kein Problem. Sie machen ja draussen ihren Job. Katrin Bachmann ist da tolerant, auch was die nackten Oberkörper auf dem Bau angehen. Im Sommer gibt es davon viele zu sehen. Ob Frau will oder nicht. Bei einem Mann ist die Akzeptanz oder die Schwelle vielleicht an einem ganz anderen Ort als bei einer Frau. Und ich glaube, wenn du als Frau mit Mini-Röckchen auf die Baustelle kommst, man hat es vorher nicht gehört, dass die Männer einfach Freude haben. Und dann ist es wie ... Nicht, dass sie es nicht mehr ernst nehmen, aber es ist dann einfach eine ganz andere Wirkung da. Ich schaue immer, dass wir Langiosen immer anhaben, weil ich weiss nicht, dass ich auf das Moor irgendwo bei den Eisen oder irgendetwas schauen muss und auch oben. Also nicht, dass es irgendwie bauchfrei ist oder dass man etwas sieht. Sonst habe ich das Gefühl, dass es dann wieder heisst. Oh, schaue ich an, schaue ich mich an. Oder man sieht etwas. Das ist halt ... Als Frau ist man vielleicht schneller einmal die Männer, die dann gerade schauen. Eine Frau müsse sich halt anpassen an diese raue Welt. Da wäre einem nichts geschenkt. Wenn du, glaube ich, auf der Baustelle als Frau arbeitest, dann erwartest du da nicht irgendwie etwas Spezielles für dich. Dann stellst du dich auf das ein und du weisst schon morgen, heute muss ich diese und die Arbeit machen und es sind vielleicht noch zehn Männer um mich herum. Darum ... Ich glaube, man kann nicht eine Baustelle frauenfreundlicher machen. Ich glaube nicht. Oder ich weiss es nicht wie. Vielleicht mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Katrin Bachmann stellt sich in Zukunft ein Leben mit Partnern und Kindern vor. Übrigens, ihre Wohnung hat sie selber gezeichnet und zusammen mit ihrem Vater gebaut. Für diesen Traum würde sie auch beruflich zurückstecken. Ihren jetzigen Job können sie mit einem Teilzeitpensum wohl nicht machen, und sie meinen. So eine Grosstaustelle, die wahrscheinlich jeden Tag dort sein muss, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwie kleinere Sachen zu machen oder dann vielleicht ein bisschen die Projektleitung, die man auch ohne Probleme eigentlich mit 60 % oder so einen Job abdecken könnte, die mir auch gefallen würde. und dann, wie ich es vorher schon gemacht habe. Verteilt euch zwei. Tog hier hin, bei Metien. Abends auf dem Fussballplatz tanzt ein Dutzend Buben nach Katrin Bachmanns Pfeife. Ich glaube, das hat so etwas durch meine Brüder und Kollegen so ergeriert, dass ich hier reingerutscht bin. Mein Bruder schuttet auch, meine Kollegen schuttet. Da kann ich mich einbringen, und das ist cool. Ich habe das Gefühl, ich kann besser mit Mannen umgehen als mit Frauen. Ich habe auch mehr Kollegen als Kolleginnen. Vielleicht, weil sie für mich ein bisschen einfacher sind. Ich habe das Gefühl, ich kann besser mit Männern umgehen als mit Frauen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mir so ein bisschen aufmache bin. Baustelle Klaridenstrasse. Die Bauleiterin macht eine der letzten Kontrollen, bevor das Objekt der Bauherrschaft übergeben wird. Ich bin froh, wenn es wenigstens nur einen hat und nicht irgendwie drei. Oder jetzt zwei. Zwei ist das Maximum. Zwei ist das Maximum. Das ist sichtbar, das bleibt, das sehe ich. Mir fallen so Sachen auf. Ich möchte gerne, dass es perfekt ist oder dass es wirklich aufs Penibelste gemacht wird. Das ist auch der Anspruch, den die Architekten haben. Das ist der Anspruch, den die Bauherrschaft hat. Und man möchte ihnen auch ein möglichst perfektes Objekt übergeben. An diesem Morgen wird die Geduld der Bauleiterin noch einmal auf die Probe gestellt. Was ist denn schräg? Ja, das versuchen wir gleich zu klären. Alles? Alles? Das Blech ist auch schräg, oder? Der Spalt ist ja hier auch viel grösser als vorne, oder? Und irgendwie ist deine Türe schräg. Ja. Ja, aber das ist ganz sicher möglich. Ich habe einen Spalt davon. Sind das etwa ein Santi bis auf drei? Es ist vor allem nervend, dass man kurz vor Schluss noch so Sachen entdeckt. Aber jetzt müssen wir halt schnell eine Lösung suchen. Und hoffen, wir finden heraus, warum das was, an was das liegt. Ich hoffe, es ist nur irgendein Blech, das wir schieben können oder so. Die Türe kann ja nicht schräg sein, da hier. Nein. Ich glaube, ich muss fast ruhig in diesem Moment sein. Denn sonst, wenn ich auch noch aufgetrauschend sein oder mache, dann spielt sich das immer noch weiter. Das Glasblech ist schon bereit. Die Steine ist ein wenig schräg. Ein wenig? Ja. Ein wenig. Kurz vor dem Abend geht das Gefühl, es ist mega lässig. Es ist cool, wenn man sieht, es wird fertig. Man sieht so etwas, was gemacht wurde. Nicht, dass die ganzen Anstrengungen oder die Diskussionen, die man einmal hatte, dass die wirklich zu einem Ziel geführt haben und dass man so etwas miteinander geschaffen hat. Mit ihrer unkomplizierten, pragmatischen Art, einer guten Portion Humor und Gelassenheit setzt sich Kathrin Bachmann in dieser Männerwelt durch. Und solange sie Spass an der Arbeit habe, werde sie der Branche weiter treu bleiben. lasst Astronomische auch Organisation für sie wie tarde dann eine dritte oder die Untertitelung des ZDF, 2020